Hallo, ich möchte heute ganz schnell ein Face of the Day machen. Ich gehe gleich weg und daher habe ich ein bisschen mehr drauf, ziemlich viel sogar. Als Foundation habe ich aufgetragen die Essence Stay All Day Long Lasting Makeup in 10 Soft Beige. Da habe ich auch schon eine Review gemacht. Ich verlinke euch die in die Infobox. Die finde ich super. Die nehme ich eigentlich immer, wenn ich weggehe abends. Als Concealer habe ich den Milani Secret Cover Concealer Cream in 01 Warm Beige benutzt. Sieht so aus. Ist so eine sehr feste Creme. Von der Konsistenz so ein bisschen zu vergleichen mit dem Studio Finish Concealer von MAC. Das habe ich unter die Augen gegeben. Als Puder das MAC Mineralize Skin Finish Natural in Medium Plus. Dann habe ich aufgetragen diesen Bourjois Bronzer. Den gibt es in Großbritannien. Der sieht aus wie so eine Schokolade und der riecht total lecker nach Vanille. Dann das Rouge. Finde ich ganz, ganz toll. Den benutze ich gerade auch sehr häufig. Das Milani Minerals Blush in der Farbe 202 Sunset Beach. Die Farbe sieht so aus. So ein knalliges Korall. So ein bisschen braun. Ja, sehr, sehr schön. Macht einen sehr warmen Teint. Und als Highlighter habe ich den Catrice Illuminating Powder benutzt. Aus dieser Limited Edition Barock. Irgendwas. Urban Barock. Auf den Augen habe ich aufgetragen zunächst einmal diesen Kajal. Könnt ihr aber eigentlich irgendeinen dunklen Kajal nehmen. Das ist der P2 aus der Limited Edition Your Wild Sight Wild Thing Kajal in 030 Sensual Brown. Also falls ihr den habt, den habe ich benutzt. So eine Kaki Farbe mit so ein bisschen Metallic Schimmer. Könnt ihr aber auch irgendeinen braunen Ton oder grünen Ton nehmen. Dann habe ich aufgetragen diesen Manhattan Multi-Effekt Eyeshadow Wet & Dry in 50 Black. Aber ich glaube nicht, dass es den noch gibt. Also den habe ich schon sehr, 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 sehr lange. Das ist einfach ein matter, schwarzer Lidschatten. Den habe ich aufgetragen bis zur Lidfalte. Und der Kajal kommt aber sehr gut noch raus. Sieht man jetzt auch eigentlich ziemlich gut. Und dann habe ich verblendet mit dem Catrice Nude Sensation Eyeshadow. Der sieht so aus in der Farbe C02 Shimmering Beige. Das ist einfach so ein schimmriges, mittleres Braun. Also wenn ihr die 28er Nude Palette habt, da gibt es so einen Ton. MAC hat tausende von diesen Tönen. Ich habe jetzt einfach den genommen. Dann habe ich auf meiner Wasserlinie unten so ein bisschen den Rest von dem Kajal, den ich euch jetzt zeige. Und dann anstatt Eyeliner habe ich den auch nochmal benutzt. Und zwar bin ich richtig begeistert von dem Milani Liquify Metallic Eyeliner Pencil. Ich weiß gar nicht, ob der eine Farbe hat. Der ist einfach schwarz. Und der ist der absolute Hammer. Also ich habe schon vor Jahren Reviews darüber gesehen und bin einfach so froh, jetzt diese Produkte, die ich immer haben wollte, endlich irgendwie bestellen zu können. Und den hat die Makeup by Mel, falls ihr die kennt, die hat von denen geschwärmt und die auch mit den Urban Decay Kajal Pencils verglichen. Und die, ich glaube, die haben in ihrem Test sogar gewonnen. Also ich habe mir hier auf die Wasserlinie ausnahmsweise Kajal gemacht und der ging vorhin überhaupt nicht ab. Deshalb habe ich da immer noch so ein bisschen Reste von. Aber es sieht ganz gut aus. Als Mascara habe ich verwendet den Maybelline Falsche Wimpern Volume Express Mascara. Der gefällt mir eigentlich echt sehr gut. Macht nicht so viel Volumen, aber schön viel Länge und Definition. Und, ach ja, meine Augenbrauen habe ich ausgefüllt mit dem Wet n' Wild Brow Color in Set. Also ich glaube, das ist die hellste Farbe. Irgendwas Ash Blond oder so. Das ist einfach so ein helles Braun. Dann bin ich darüber gegangen mit dem transparenten Augenbrauen Gel von Alverde. Ah ja, Lippenstift. Der ist so, der heißt, ja, das ist der von Avon, ist der, ein Lippenstift. Und der heißt Nude Perfection. Sieht so aus. Ist einfach so ein Nude Ton, aber ein bisschen dunkler. Und der hat so einen ganz, ganz leichten Schimmer. Und der wärmt das Gesicht auch total auf. Und ich habe den jetzt schon länger drauf und der fühlt sich ganz, ganz geschmeidig ein. Auf meinen Nägeln habe ich gerade so ein Experiment. Das sind zwei Farben von P2, P2. Da werde ich jetzt auch noch, wenn ich fertig getestet habe, ein Review machen. Ja, die Klamotten sind alle nicht aktuell. Deshalb brauche ich das nicht sagen. Aber ich habe einen hochgekrempelten schwarzen Boyfriend Oversize Blazer an. Und so ein gemustertes Topf. Und ja, ach so. Ja, die Uhr wie immer von Seconda und die Armspangen wie immer von David Smallcom. Und ach so, Schmuck. Trage ich ansonsten nur diese Perlenohrringe. Die sind so rosa-perlig. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, schreibt doch, wie euch das gefällt, ob ihr sowas öfter sehen wollt. Und wenn ihr zu irgendwas Reviews haben wollt, dann schreibt sie auch einfach in die Infobox. Und dann schreibt sie auch einfach in die Infobox.